Hallo werte Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner ersten Videoschleife im neuen Jahr und ich hoffe, dass ich auch dieses Jahr wieder 2018 mit vielen neuen Produkten und Neuigkeiten bei Ihnen punkten kann. Sind Sie bereit dazu? Heute möchte ich meinen Beitrag dazu nutzen, um unsere frischen Rohwurstprodukte sowie unsere Mediterranenprodukte zu bewerben. Wir haben in unserer Produktion keinen festen Tagesablauf, was die Herstellung einzelner Waren abgehend. Vielmehr legen wir Wert darauf, mehrmals wöchentlich frisch zu produzieren. So kommen bei uns unter anderem Salz und Pfeffer, gemahlener Kümmel, Majoran, Knoblauch, Nelke und Piment zum Einsatz. Mit der richtigen Dosierung lassen sich je nach Wurstsorte unterschiedliche Geschmacksrichtungen kreieren. Eine frische Knoblauchrohrwurst, saftige Knacker, eine grobe Mettwurst mit frischem Brot, einfach lecker. Bei unseren mediterranen Produkten kommt zwar ein mediterranes Grundgewürz zum Einsatz, aber diese wird dann mit einem Naturgewürz verfeinert. Überzeugen Sie sich davon mit einem Stück spanischer Teewurst, mediterraner Kochsalami oder auch einem Stück spanischem Lendenköpfchen. Na, haben Sie Appetit bekommen? Wir würden uns freuen, Ihnen in unseren Geschäften diese Spezialitäten anbieten zu dürfen. Zum Abschluss noch ein Tipp von mir persönlich. Viele unserer neuen Kunden kennen Wellfleisch nur ungepökelt. Doch lassen Sie sich doch mal vom Gegenteil überzeugen. Ob es der gepökelte Schweinebauch im Gegensatz zum ungepökelten Schweinebauch oder der gepökelte Schweinekamm im Gegensatz zum ungepökelten Schweinekamm ist, glauben Sie mir, es ist einen Versuch wert. Durch das Pökeln geben wir dem Fleisch eine gewisse Zartheit und einen arteigenen Geschmack. Das soll es für heute gewesen sein. Bleiben Sie schön neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ihr Fleischermeister Christian Preuß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.